Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man diese Glitzer Ostereier machen kann. Dazu benötigen wir einmal Kleber, einmal Textmarker, ein Plastikei mit einem Spieß und Glitzerpuder. Wir teilen erst einmal das Ei in vier Teile auf, einmal und zweimal. Jetzt tragen wir auf die gegenüberliegende Seitenkleber auf. Wir befestigen das Ei und tragen den Kleber überall gleichmäßig auf. Die Seite bis zu dem Strich und die andere Seite. Jetzt nehmen wir Glitzerpuder und streuen das da drauf. Ich bleibe nur da haften, wo wir Kleber drauf getan haben. Jetzt lassen wir das trocknen und danach sind die anderen Teile dran. Jetzt sind die zwei Seiten trocken. Dann müssen wir noch den Kleber auf die anderen zwei Seiten auftragen. Schön überall verschmieren. Und jetzt streuen wir Glitzerpuder auf die anderen Teile drauf. Das Glitzerpuder bleibt nur da haften, wo wir Kleber aufgetragen haben. Jetzt ist unser Ei fertig. Wir müssen das nur noch trocknen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020